Sagt ihr mir, wenn ihr soweit seid? Weil dich das Game so angewidert hat? Ja, fühle ich. Da geht es ja im Prinzip auch im Video heute drum. Ja CJ, bin ich bei dir. STG habe ich irgendwie immer als gut empfunden. Hat auch Spaß gemacht, tatsächlich. Eine der wenigen Vanguard Waffen, die mir zugesagt haben. War auch schon eine coole Waffe in BW2 damals. So, mein Lieblingskram. Was gehört hier? Irgendwas hat mich geflasht. Ja. Der war alleine. Äh, ich habe hier Platten für euch. Ja. Da kommt ein Heli. Wenn ihr ihm jetzt noch gleich Geld gebt, kann ich uns was schönes kaufen. Auf meine Höhe. Ich habe einen Shop oben. Auf meine Höhe 2. Auf meine Höhe 2. Wir haben jetzt mein LSG. Auf meine Höhe 2. Auf meine Höhe. Auf meine Höhe 3. Auf meine Höhe 2. Auf meine Höhe 2. Auf meine Höhe 2. Also, die Krieg würde ich auch nochmal ausprobieren. Alter Schwede! Einer noch? Der ist irgendwo hinter dir da. Ja, ich höre in. Aber ich sehe nicht. Es geht hier runter. Flügeltür unten. Äh, vorne beim Basketballplatz. Aber ich wollte die Krabbe nicht entkommen lassen. Links geht einer runter. Rechts geht einer runter. Rechts beim Shop ist einer unten. Ich werde absolut gelasert vom Turm. Er heißt Champ Eddy. Er ist aber nur eine Camp Eddy. Also diese Amex vom Boden, Leute. Zucker. Oh, nicht die Kubizette. Die mochte ich wirklich nie. Ist der hier auf dem Turm noch? Ja. Könnt ihr... Ich habe schon ein Problem, weil ich von oben auch habe ich was mitgebracht. Hä? Ich habe gar nicht genug Geld. Okay. Turm ist clean. Ich bring dir Geld. Ich bin nämlich gleich tot. Hier ist Geld. Hier oben, hier oben, hier oben. Hä? Auf, 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 auf. Äh, auf wen oder was schießt ihr? Oben. Über uns. Nein. Ich sehe den nicht von hier. Noch einer von links auf unserer Ebene. Ja, ich habe es gesehen. Da kommt ein Heli noch da. Oh, nein. Oh, nein. Wollen wir doch sollten gehen? Rechts. Richtung Cafeteria. Was für die Cafeteria? Hier. Die Crackpiche. Vielleicht ein Lodi. Da ist einer. Der ist aber down. So. So, und. Sorry, ich habe es gesehen. Wie viel denn der? Nein. Nimm doch mit den Lodi. Danke. Genau. Ach, Tower ist wieder einer. Hinten. Auf dem Tower oder wo? Ja. Ja, da war einer. Ich weiß auch nicht, ob der noch da ist. Ich kann ihn nicht sehen, leider. Er snapped da vorne. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Ich sehe den beim Tower leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob der noch da ist. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich gebe Platten. Entschuldigung. Ich habe ihn, habe ihn, habe ihn. Seid ihr ganz oben? Noch Doppeltür einer mindestens. Der hat mich ja fast geholt, der Typ. Nein! Hä? Warum ist er denn nicht gestorben? Er hat Kali-Sticks. Scheinbar bist du unsterblich, wenn du Kali-Sticks hast. Hm. Ich war noch nicht mal im Loader. Oh, 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 nicht runter. Habt ihr den da oben? Unten sind es halt. Ganz viele jetzt. Komm, dass du beim Locken hast. Der Huuuhund. Ich wurde gerade durch die Wand geschossen. Ach, ich müsste mal noch zu Loader. Nein! Erst One-Shot hier unten. Ah, scheiße. Ach, Scheiße. Ah, Scheiße. Okay, ich verzichte. Was soll ich machen? Könnt ihr einen Auftrag schnell annehmen, falls ihr einen habt? Hier ist leider keiner. Da sind wir unter uns. Locked. Wieder am Turm. Wieso ist der Loadout weg? Oh nein. Fieldbreak am Turm. Auf den Lodi beim Echsenhaus. Oh, ich bin tot am Echsenhaus. Check ich's nicht. Stopp, check die. War welche. Noch einer, ich hör was. Ich höre ihn hinter mir. Ich hab die am Echsenhaus. Oh, ich hab das Geld gelaufen. Scheiße, kaufe Lodi schnell, kaufe schnell Lodi. Ich kann keine Lodi kaufen mit 5000. Ja. Da unten war aber irgendwo noch einer. Da war auch immer der Single Crouch das. Hier, gell? Ja, das ist sehr zu spät. Ich bräuchte ne Moni-Kiste. Na, wow. Wo? Von Factory. Äh, Headquarters drin hier oben. Hier drin. Leg mal dein Geld bitte dann. Äh, ja. Wie lang die Kitsch standst du da schon? Von drüben schießen die her. Werner landet. Unter uns? Über uns? Hier. Ich war eh. Ab ihn. Nein. Meine Fretze. Ich lebe aus mit diesen Tricks. Dann hier sind die. Das könnte ja nicht so schwierig sein. Einer ist auf jeden Fall noch im Dach. Yeah. Voll. Und ganz gern zum Lodi. Ganz kurz. Ja, der ist ganz oben. Hier beim Headquarter unten. Und einer landet. Ich hole mir den, der ist oben glaube ich, oder? Ich bin oben. Vermutlich. Ich bin oben. Dann ist er unten. Nee, unten ist er nicht. Also ich bin unten. Okay. Jetzt. Gut. Ich bin zu rechts. Und ich habe schon wieder Paketverlust. Vielleicht nochmal Runde. Danke für gar nichts. Ja, natürlich. Einer ist da noch im Gas. Ja, ich habe ihn aber. Wir haben Raketen in der Zone. Ich sterbe gleich. Und einen Fretze haben sie auch. Ich bin tot. Mann. Er ist der Bock vor dem Herrn. Lass dir mir die. Lass dir mir die. Bitte. Achso, Entschuldigung. Ich habe die Laufgärte zu schießen. Markiert wird hier nur noch. Die müssen da hinten sein. Die haben sich gekauft. Und hier oben noch nicht. Hier unten sind sie. Aber der ist noch nicht schon sound. Oh fuck, ich habe da oben. Am Prison-Dach ist einer. Hm, der ist ja gerade gelandet. Bin ich gleich dort. Ach. Hä, wo soll die denn sein? Fabine. Fabine, Fabine. Lass mir den letzten bitte. Ich schieße auf nichts. Es sind noch zwei, ne? Aber wo? Ich weiß es nicht. Es sind aber auf jeden Fall zwei. Danke. Ich suche, ich gehe gucken. Hier. Noch eine. Da drin. Da drin. Minen. Ganz viele. Ich gehe vor. Hier oben. Er ist hier oben. Nein, er ist... Da drin. Da drin. 30. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja. Was ist passiert? Jetzt ist es nicht tot. Das ist so schwer, dass ich mich schieße. Ja, Mann. Yes. Vielen Dank.